hat sich erst eine elf stunde gesehen ja oh ihr wolltet euch aufhören der einsatz gefangen um 10 Uhr gehen wir mal den Platz fertig machen und ich warte schau schau ich bin nicht jetzt über irgendwas ja komm ich möchte auch mal die die beschmiert hier schon fest viele erleben machen wir jetzt noch ein paar oder machen ja ich mache noch einen schlechter wäre aber oder bestätigen sagt man ist jetzt grundpap konnten wir ändern das steht auch dort hat ich jetzt jetzt mein schluss war das du mussten durch das ding durch meine waffe war und ab hat ein ort und ich bin schon bei mir ist einer ich habe ihn kaputt gemacht auf jeden Fall mit 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 der oder falsch mit mit mario 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 ich bin über dir dann bist du mit mit da kommt was los über dem gebiet ab auf den himmel ich habe keine schuss nicht ich muss auch noch du achte schon wieder gegen ich stehe oben und schlief und er macht also einzelner mama runde piva ja das ist was habt ihr denn auch gestern die schönen deutschen gesehen nach das war man gesehen was der gute alle die mann er kann der war war und der timo werner der urensohn der timo werner ist jetzt ehrenbürger von nordmazedonien hallo hallo die chance ne die chance die chance die chance versteht mario das alles was du liest ist alles für die katze hallo die haben mich schon die halbe welt jetzt gekäfft in der zeit es steht da bitte vor allem ist es wieder geil jetzt was los ist in haaland dass der vater und der raiolo jetzt in materie ziehen und in barzellona und der ist der herr wo ich soll barzellona sehr weg die 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 42 stecken mit der seiner gesagt hat nur mit dem ja jetzt liegt die heli was wirklich unglaublich ziel aktiv holt es euch ja ich glaube ich dir genauso ich habe ein klasser schlaf ich habe ich habe ding was macht nur ein cluster setzten wieso denn ich wollte hier wieder direkt gehen und alle hier am haus nein mario jetzt nein eine sekunde ok jetzt kann ganz zeug und jetzt ist der über jeder ist der ist jetzt da wo du bist mario was auch der ist ja ohne gläuhe nicht wurscht ich brauche waffe ich immer noch hat meine waffe ja grüne waffe mit dem eckigen visier ist geil der fahrer so viel platz wieder lebe dran zwei stück ich lasse mich da wieder oh ja ich bin der verbot nein weißt du, ey, ihr müsst euch mal diesen 93er Zanetti angucken, hinten links, es ist nicht normal, dieser Mensch, der ist nicht immer teuer, was ist denn nicht teuer, 600.000, was der für abartige Werte hat, aber durch die Bank, der muss sich wirklich so schrecklich anfühlen im Game, oder was, oder? Zanetti 93er, 748.000 kostet nur noch, 87er Tempo, 85er Schuss, 90er Pass, 86er Dribbling, 90er Defense, 82er Physis, aber am Anfang, LV, 85er Schuss? Ja, und, naja, HiHi, also ich, Icon Moments, unglaubliche Werte, 748.000, den wollte ich mir holen. Das ist 93er. Ja, jetzt habe ich die 85, den spiele viele dann als, als ZDM, spiele den dann, in Game. Die regen sich alle auf, wegen dieser Fullback-Scheiße, was jetzt viele machen. Es gibt zwei, es gibt zwei richtig miese Dinge im Moment bei FIFA. Das ist einmal diese 5-3-2-Taktik, dass du mit 5 Abwehr spielst, die ganzen, ähm, Footstars, sagen wir so, spielen alle mit, spielen alle mit Dingen, mit 5-3-2 oder vieler. Und, dass halt die, äh, die Außenverteidiger als Innenverteidiger spielen, weil die halt viel schneller sind. Das ist ja schon die ganze Zeit so. Ja, ja. Ja, es wird halt immer mehr. Hallo und willkommen, Fußballfreunde, wir begrüßen dich zu unserer heutigen Partie. Wolfus und der Kollege Frank Puschmann begleiten sie auch heute wieder durch. Ja, und z.B. James und Juri Bericher, z.B. Oder Bericher, wie der ist. Das verspricht einiges. Oder diesen Herr Moser, der ist ja auch in der Info da. Ein wirklich reizvolles Tue. Zimbabu spielt sau viele sogar. Auf dem Papier ist es nur ein Tischspiel, aber es... Ach, was habe ich denn jetzt gemacht? Hat einer geschrieben, ähm, FIFA 21 ist, wenn einer irgendein Icon Rio Ferdinand, nach einer Minute auswechselnd dafür ein Mbappu in die Innenverteidigung stellt. Also hat er anscheinend wirklich gemacht, derjenige. Einiges, ist ja klar, bei diesem Moment. Ja. Jetzt kommt der Wechsel. Van Dijk. Kante ist das. Del Piero. Klasse Pass jetzt. Nun Neymar. Ball bei Neymar. Jetzt habe ich den immer mal in der Regulierung aufgestellt. Besser, wenn auch viele Spiele, diesen Smalling. Sie holen sich den Ballbesitz. Der muss auch abartig gut sein. Freistoß, mehr nicht, keine große Sache. Ball ist wieder weg. Mal sehen, welcher der beiden Sprinter hier heute ausschlaggebend sein wird. Und 2-0 hinten gelegt, jetzt weg. 5-3. Super Aktion, gut geklärt. Vorne der Ball gewinnt. Und wie, Hilfe. Eidewitzker. Und damit ist der Ball weg. Und nun, Ronaldo. Keine gute Verteidigung. Bösel verteidigt. Ich halte ruhig, ey. Oh Mann, das ist jetzt wieder ein Mailbruder, wo ich hoffe. Da ist jetzt Platz. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Ah, Malage, was soll das sein? Malage. Wird das eine Torchance? Ah. Ach, Menno. Und damit ist der nächste Treffer ein Spiel, die mir gefallen hat. Oh Mann, Kartenbrunner verlor. Und damit haben wir nur den Treffer, jetzt könnte er das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. In die Mitte, oder was? Da kommen sie im Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. An wen kommst du da dran, Ronaldo? Fernandes. Reumenzong. Jetzt Del Piero. Goldkartus. Ja, mit viel Lüge. Geht dazwischen und hat den Ball. Aber die Kuhung, der läuft ganz langsam mit und irgendwann bis dieser Reumenzong frei ist. Ball bei Neymar. Kannst du nichts gegen machen. Neymar auf dem Zügel. Die Flanke von Neymar. Neymar. Ponte. Da haben sie jetzt den Ball. Gott, ne. Wischelte Spiele. Del Piero. Den Zweigang führt er sehr gut. Was hat der für Allianz saum, Maxi Morte? Den könnte ich mir nämlich auch holen. Den Freeze. Ja, den, gegen den spiele ich gerade. Der, 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 ich spiele ja. Ronaldo am Ball. Gegen Gucci. Er hat den Ball. Gutes Technik. Ich führe 2-1-0, aber der ist viel stärker als ich. Muss ich jetzt echt zu? Äh, 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 äh. Gefährliche Szene. Was war das denn für ein Tor? Mit dem Seinfallzieher macht er es inkrobatisch, wie er da in der Luft liegt. Da zeigt er seine ganze Technik. Waschfurt, setz ich durch. Sollte ich nicht. Jetzt kann es was geben. Immer mit dem Ball. Er holt sich den Ball. Aber immer, habe ich noch nicht einmal in dem, ich habe immer noch das Ding geschaut. Ich wollte schon 2 Eckbälle nicht mehr machen. Das ist geil. Das habe ich auch. So, Maxima. Jetzt der Pirom. Doch, sag ich schon, schlug. Da ist er alleine durch. Wartet im Moment. Chance zur Führung. Ach, das ist doch dumm, Conny. Echt ohne Scheiß. Es gibt erstmal Sicherheit, das gibt es selbst. Boom, 2-0. Er steht hier 2 zu 1. Eine Ecke. Rashford, Marius Rashford. Nice. Nicht gut verringen. Ich könnte jetzt den Rain Rooney, den 93, hätte ich gut brauchen. Da ist die Chance. Wahnsinn, da alles und Helden. Lacht. Klasse, wie ihr dahin geht. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Da wurde abseits, da wurde abseits, da wurde abseits. Abwälzt zur Stelle. Steilpass wird abgefangen. Ich mag, du Wichser. 6-4. Jetzt haben sie den Ball verloren. Na, du geile Schlamme. Die Juniors kommen. Ja, ich bin ein bisschen arrogant. Ja, ich bin ein bisschen arrogant. Ich bin super. Über Müller Trunk, ich habe gesagt, und Spaß ran. Spaß ran. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Tag, daneben, die Grätschen, dann wohl Minzong. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Jetzt könnte er flanken. Flanke kommt nicht durch. Ja, das ist ein Spaß. Der Ball geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erst mal weg. Da zeigt er seine ganze Klasse. Super Parade. Ja, dieser Terminier-Headliner ist natürlich auch ein Brett, ey. Um 3-0. Oh, ich spiele meinen Lieblingsspieler wieder. Lange, flanke jetzt. Ich versuche, ich erzähle dich weiter. Ich habe wieder mit EI gebaut. Und er lässt mich, Hussein auch war. Und er lässt mich wirklich nicht im Stich gefallen. Der Abschiedteil wird angezeigt. Eine Minute gibt es da oben drauf. Nehma. Die Flanke von EI 4-0. Ganz knapp ist nicht. Nehma war das. Es bricht da ab. Der ist eigentlich viel besser. Aber besser. Ich weiß, der Hälfte war spannend. Es ging hin und her. Der Bramich ist das so. Nicht das auch, wie ich finde. In der Bramich, ja. In Bramich ist es wurscht. Und ehrlich, es ist schon zu tun. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Super Trick. Und dann ist es noch ein Samstag. Und den Dich, das ist auch vielversprechend. Einen Großmarkt. Dich, ich bin. Diese Tuben daraus. Wie nennen Sie das? Tuben oder? Kalamari. Kalamari Tuben. Allons-en-Saint-Maximaux. Gibt es ja auch kleine irgendwo? Maximals. Es ist der Breeze. Erfährt. Ich bin fertig. Meine. Meine. Was? Pro oder? Oh ja, Pro kann man mal machen. Ich bin in der 50. Das stimmt. War hier der Fall. Maßarbeit. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3 zu 1. Setzt die Klasse durch. Da ist die Chance. Ach. Ja. Und da ist der Ball wieder weg. Ja. Geburtstagskugel. Geburtstagskugel. Ja, dann habe ich ja auch gerichtet. Spielfeldtrophäe. Alessandro Del Piero. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ach, duplikat, die habe ich schon. Ja, aus so einer Konter-Chance müssen Sie einfach mehr machen. Da verlieren Sie den Ball besitzt. Alles schlecht. Weg. Das ist so ein Scheiß. Bisiano Ronaldo hält jetzt nicht mehr im Sturm. Der will jetzt auch noch den Aufbau übernehmen. Die Baffee. Ich glaube, du blockst den natürlich. Ich habe dann mal abgepackt. Ich habe dann mal gemacht. Hätte eine gute Aktion werden können. Warte mal. Ich habe doch bald... Muss ein Wurf geben. Natürlich, ich habe eine ultimative Speck gleich. Ich muss doch ins Machen. Tore, 200 Tore in gewissen Reimels. Sie lassen ihn vorne so ein bisschen im Stich. Ich spiele 200 Reimels, aber die erzielen in jeder Partie mindestens ein Tor. Bei Meilensteine da. Ja. Das muss ich machen jetzt schnell, glaube ich. Das tut mir leid. Ja, bei Meilensteine, bei Team Reimels. Dann habe ich ja eine ultimative Speck bei Food Birthday. Alter. Das sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Ja, genau. Jetzt wollen Sie spielen schnell. Ich spiele zu viel Reimels. Die Flanke von Neymar. Oh, er kann klären. Ach. Ja, das ist was. Ja, das ist. Ach Gott. Ronaldinho, Ferenc, Buschkosch. Ja, macht nur alle. Wetter Mann, der Bett. Ach, Quatsch. Ich bin eben. Achso, wir müssen auf dich warten, aber er hat es nicht auf uns zurück. Genau. Jetzt fangen wir noch eins an. Ja, wenn wir das haben. Das wäre genau, das ist es gleiche. Ich bin in der 70. Mein Freund. Na, da wird es nicht aufpassen. Ja, das dauert viel. Ich habe es nicht aufpassen. Das ist doch in Ordnung. Ihr müsst doch nicht warten. Macht doch euer Ding. Ja, geht gut. Welche fettelstunde noch was? Ja. Das ist doch fett. Wir müssen es. Das ist nur zwei, fünf Minuten, aber das ist ein Unterschied. Du musst doch auch nur fünf, sechs Minuten gewartet haben. Ah, sie war hier in der Ball. Außerdem ist es doch egal. Mein Gott, hast du was vor? Ja, ich nehme mein Bett. Ach, der Bett ist jetzt in der Bett. Wenn ich dein lebe, dann wird es alles, alles sein. Ja, ja, na klar. Wenn du mal so richtig bist. Flakke findet keinen Abnehmer. Der Frahaut und wiederumstrahl. Entschuldigung, wie geklärt. Es ist unglaublich. Ich habe es auch so. Wahnsinn. Alessandro Del Piero. Ich habe vier, ich habe, hey, das war die Luna. Und die, die, die Caro mit der Maske. Das gibt es doch gar nicht. Da ist ein Mbappé. Ah ja, okay. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, die hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Viel mit Auge. Und er ist drin. Nix ist es. Ah. Der andere Kipper schießt mich an. Mein Stürmer, mit dem Kipper. Ich kriege schon mal. Amaradona vielleicht nur noch 1,8 Millionen. Bezahlt habe ich wohl 2,3. Mit dem Treffer, die Fahne ist oben. Bitter für den Spieler, aber richtige Entscheidung. Ja, wahnsinn. Eine gute Leistung. Und jetzt hat er dabei. Und er macht da gleich sein Joker-Tor. Klasse, wie er doch vor da ist. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute. Und lange zu gehen ist nicht mehr. Den haben viele gespielt vor ein paar Woche. Sauviele. Der Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Fusher-Star, oder? Ja, jetzt habt ihr den Ball verloren. Und das war dieser andere Spanier da. Und da ist der Ball wieder weg. Ich muss ihm jetzt. Jo, eigentlich haben wir hier 2 in der vergleichen starke Mannschaften. Wie haben wir wieder so ist im Fußball? Der aktuelle Schrittstand. Weißt du, wer abartig wäre der hat und bestimmt richtig geil ist? Dieser Theo Hernandez in Headliner. Mit 98er Pays und alles mögliche. Sag, ich halte auf, Keeper, ey. Mann, Mann, Mann. Wird ne ziemlich kümel. Ich würde 2-0 hin. 2 Spiele schon an. Er hält diesen Ball. Sensationell. In die Ecke kommt's. Der Angriff erst mal wieder vorbei. Ich bin nicht mehr für dich schon, ne? Und jetzt bekommen sie die Chance. Nicht auf die Karine. Jetzt der Vorstoß. Der Blick zur Uhr. Noch 7 Minuten. Ja, natürlich. Ballverlust in Bappé. Sehr gut, Ederson. Viel zu hören ist sie ja nicht mehr von den Rängen. Er spricht aber auch für die Ritchie Sache. Ich hab doch die Regulierung, meine ich. Ja, die sind einfach schlecht. Da muss man sich drum herum gehen. Ja, die Regulierung, meine ich. Kantege dazwischen. So, war Dijk nach zu. Nein, mit dem Hebel, da hat nicht viel gefehlt. Die Idee war gut, schöner Lupfer. Das ist gut, das ist der zweitbeste. Der ist der beste Verteidiger der La Liga. Waka. Schreibt jeder. Am Ball Bruno Fernandes. Dann könnt ihr den Gelegenheit werden. Dann müsstest du mit dem Herr Mose normalerweise jetzt... Der ist frei, der kann was auswenden. Der passt stark gemacht. Wenn's irgendwie geht. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt...